Verflucht Claudius, Soldaten erschienen und ergreifen den Helden und Ophelia. Die Soldaten schlugen den Helden karo, ättelten ihn und übergaben Ophelia an Claudius. Dann sperrten Claudius Komplizen Rosenkranz und Gildenstern den Helden in ihrem Schiff ein, wo er verbleiben sollte, bis man ihn über Bord wirft. Akt 3 Indem der Held eine Meuterei anzettelt, um ins Königreich zurückzukehren. Ui, da ist immer, oh, das ist aber eigentlich normales Zeichen für ihr gekreuzte Euglein. Hallo, aufstehen, fünftel Ruf vor. Ja, klasse, das bringt mir jetzt herzlich wenig. Oh, aufwachen, aufwachen, aufwachen. Hey, mach öff. Mach die Euglein öff. Auch nicht. Oh. Schön. Ich glaube, wir sind in unserer Zeit schon weit voraus. Auch nicht. Ja, schön, das bringt mir jetzt hier gerade, kann ich hier irgendwas anklicken, so wahllos. Klick, 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 klick. Nein, auch nicht. Im Sternchen kann ich auch nicht wegklicken. Hm. Ui, ein Äffchen. Ähm, okay. Wir haben jetzt drei Sachen, um uns zu bewerfen. Aber das bringt irgendwie gar nichts. Mann, jetzt hier. Geh weg da. Eins, zwei. Auch nicht. Vielleicht so. Ne, ist der. Halt. Gehört das Beinchen so? Ich weiß es ja nicht. Der hebt doch immer das Beinchen hier. Hallo. Aufwachen. Das muss doch irgendeine Bedeutung haben, hier, dass die, diese ganzen blinken denn etwas. Ah. Womisch in die Ratte. Die Maus. Möichlein. Hm. Also ab hier ist es definitiv wieder blind. Das muss doch irgendeine Bedeutung haben. Ah, okay. Ja, zweimal zwei ist nicht fünf. Definitiv nicht. Ah. Ich verstehe. Ist vier. Ich verstehe. Und jetzt? Diese Karten-Tricks oder was? Wenn ich den Maki schlage, hilft er mir zu fliehen. Ja, hier. Habe ich jetzt gewonnen? Das da. Brauch nicht. Also ich brauche auf jeden Fall die höhere Karten. Moment. Diamant. Papier. Das ist, glaube ich, so Steinschere-Papier-Verschnitt. Kann das sein? Stein. Papier. Komm, mach hin. Ich habe nicht so viel Zeit. Steinschere. Steinschere. Ja, Schere. Na komm, Eifchen. Mach hin. Du hast Papier. Dann nehme ich die Schere. Das ist schön, wenn man weiß, was der Gegenüber hat. Da geht das gleich alles viel, viel einfacher. Ach du Scheiße. Kreuz-Schnitt. Dann nehme ich Stein. Fallo, 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 fallo. Etch, etch. Ich bin wieder der Master Chief. Okay. Rauf, hau, rauf. Ich möchte die Treppe rauf. Bzw. die Leiter. Oh je, dürfen wir jetzt Donkey Kong spielen, oder was? Äh. Das geht nicht. Dann, ah, okay. Dann hier rüber. Dann da runter. So. Ey, das ist blöd. Ja, dürf. Hier geht's bis hoch und drunter. Dann. Hm. Hm. Wieso immer da her? Geht das vielleicht? Ach, das geht auch. Ja, dann. Warum mach ich das immer so kompliziert? Ach, ich stehe auf komplizierte Sachen. Was machst du denn da jetzt? Was hab ich dir denn getan? Die haben mich entführt. Ich kann doch nichts dafür. Hier. Jetzt pickst du dir das andere Auge aus. Jetzt pickst du dir das andere Auge aus. Jetzt stupst du dir auf die Nase. Oder haut dir die Zähne aus. Nein. Also die Erklärung wäre manchmal. Oh, 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 oh. Hier. Schweinchen. Nimm das Schweinchen. Nein. Oh. Nein. Hier, komm mal hoch. Ruf damit. Fragen über Fragen. Was passiert? Das weiß. Müsst du ja auch gerne. Hm. 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 Können wir hier irgendwas ankerlickern? Auch nicht. Können wir da hinten? Ja, das hab ich schon mitbekommen. Oh, Zeiger. So, ich hab mal Zeiger. Oh, ich hab mal Zeiger. Also hier kann ich nichts mehr hochholen. Okay, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, müssen wir ihm irgendwie das zweite Auge platt, äh, die zweite, den zweiten Tentakel wieder hauen. Damit er quasi da, wo ich jetzt den Tentakel drin hänge, ähm, bis ich die Augen reiben muss. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Genau. Komm. Ich kann hier aber nichts mehr hochholen. Das ist blöd. Sau blöd. Wie mach ich denn diese Blödsache? Hm, 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 hm. Links, rechts, geradeaus. Klick, 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 klick. Hallo. Wie krieg ich denn da jetzt das zweite Auge weg? Hm, 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 hm. Also die Erklärung wäre manchmal echt sehr praktisch. Außer, was ist passiert? Was passiert? Was passiert? Ich glaube, ich hab's begriffen. Ich weiß bloß nicht, wie ich den Tentakel da wegkriege. Hm. Na komm. Das gibt's doch nicht. Was passiert? Was passiert? Außer, dass ich nicht mehr weiterkomme. Also es sind wieder so Rätsel ganz schön kaniefelig. Im Endeffekt dann doch total einfach, wenn man die Lösung weiß. Aber im ersten Augenblick... Blöd. Hm, lass mich mal überraschen, was die Hilfe sagt, wenn's so weit ist. Es sei denn, ich komm natürlich bis dato noch selber tot. Ich kann hier nichts rumkippen, gar nichts. Ich kann hier drauf rumklickern, um die Lust zu kriegen. Die eine Kanone bin ich hier schon gekommen. Aber jetzt kommt da nichts mehr. Könnte natürlich auch ein Bug sein, muss ich noch so nebenbei erwähnen. Ich kann nirgends nach oben, nach links oder nach rechts. Alles tote Hose. Hm. Das ist natürlich sehr hilfreich, dass genau wer das Wichter irgendwas macht, der Mauszeiger weg ist. Na komm schon, Hilfe. Ich brauch dich. Das ist wahrscheinlich wieder total banal. War so richtig banal. Na, jetzt gehe ich hier eh schon 5 Minuten lang rum. Ah, jetzt hat's. Drücke eine Maustaste. Ja, schön. Ha, 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 ha. Ach, ich hätte erst das linke Auge müssen. Nee, soll ich mal. Linkes Auge? Hä? Linkes Auge blind, rechtes Auge blind. Was ist denn das für eine Hilfe? Der soll sie ja nicht reiben. Mach die total wuschig hier. Alter, Schawede. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt hier so bleibt. Vor allem, dass hier das Ding nicht mehr hochkommt. Kann ich mir das gerade überhaupt nicht vorstellen. Irgendwie dieses dumme Gefühl, das hängt. Kann es bei diesem Spiel überhaupt möglich sein? Ist doch echt spartanisch. Das Spiel kann ich mir. Dass da irgendein Back drin ist. Das kann ich mir jetzt ruhig ganz vorstellen. Hm. Ich würde mal sagen, wir machen mal hier ein Ende. Ich starte das Spiel nochmal neu. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Bis gleich.